Ein Auto ausgeliehen, früh am Morgen losgefahren Als du aufstartst noch gedacht, wärst gerne mal zu Haus Verdammt, wer hat das erfunden? Den Schreibtisch und die Bücher, zu denen du immer fährst Dich keiner danach fragt Dich keiner danach fragt Fünf Thermobecher Kaffee, die wird immer noch nicht schlecht Gibst deine Arme ab, um etwas zu fühlen Da geht lang nichts mehr, erwartet nicht zu Haus Kratzt alles in ein Tischbein Damit es keiner liest Damit es keiner liest Damit du es vergisst Und alles nur, weil man den weißen Abdruck sieht Wenn man den Schramm verschickt Er kann doch bitte nichts dafür Wenn du daran denkst Er kann doch bitte nichts dafür Wenn du scheiß Hundertdruck denkst Kann keiner was dafür Wenn du daran denkst Kann keiner was dafür Höir auf der Haare Kohle rein Kohle rein Ich bin kein leichter In nicht morgens Er kann doch gar nicht mehr, aber es wird immer noch nicht miser Untertitelung des ZDF, 2020